Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, hier in die Gange, die zweite Folge von Minecraft Tempel. Da die erste ja eigentlich nur semi-erfolgreich war, geht's jetzt ab in die nächste Folge. Wir wurden gekillt, wir haben gar nichts mehr, aber wir haben einen geheimen Stützpunkt, ja. Und wir müssen jetzt eigentlich den Eis-Tempel machen, oder den Wasser-Tempel, weil das wäre halt sehr gut. Ähm, weil da gibt's ne Dia-Rüstung, glaub ich, oder so. Und er macht den nächsten Tempel. Er macht den, er macht's, er macht's einfach. Na klar. Ach, das, ey, es ist halt, äh, kacke, weil, okay, komm, ich geh in den nächsten Tempel schon. Ich hab's halt gar nichts, aber das sollte ja niemanden jucken. Ähm, äh? Die sollten mir jetzt definitiv ein Schwert machen. Ich weiß nicht, was gerade auf mich zukommt. Ähm, so. Aber nicht, dass er auch im Eis-Tempel ist. Oh nein! Was hab ich getan? Nein, 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 nein. Was hab ich getan? Ey, wie dumm bin ich? Nein. Was bin ich denn für dummes Kind? Och Mann. Wir sind schon wieder gestorben. Ich, okay, ich glaub nicht, dass wir das nochmal aufholen werden. Ähm, wir brauchen dann nur ein Artefakt. Ein Artefakt und er kann nicht gewinnen. Das, das, das Blöde ist halt, komm, warte mal, wo haben wir jetzt unser Dings gehabt, unser Stützpunkt, unseren Stützpunkt. Och, das ist so traurig, ey. Und ich komm schon wieder nicht hoch. Ich glaub es ja nicht. So, okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss es so machen, weil ich, das ist so ein lächerlicher Bug, dass ich da nicht im See hochschwimmen kann. Ich hoffe nur, er hat meinen Stützpunkt nicht gefunden. Äh, äh, mit meinem Outfit könnt, äh, mit meinem Equipment könnte ich den, glaub ich, kaputt machen. Äh, aber er geht sofort in die Steinbase. Äh, das sind ganz viele tolle Sachen, aber wenigstens, Leute, wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier sowas. So einen kleinen Stützpunkt. Ja, nein, nicht mein Netherite. Das darf er auf keinen Fall bekommen, sonst ist er übelst OP. Und das darf er einfach nicht bekommen. Das, wenn der ein Netherite bekommt, vielleicht, oder nee, was ist, wenn der schon eins hat? Nee, das kann doch nicht sein. Als ob, als ob der eins hätte. Ich glaube nicht, dass er ein Netherite noch hat. Ach, das Problem ist eigentlich, könnte man so easy gewinnen. Wir gehen zum Luft-Tempel. Weil der ist easy. Das ist der leichteste Tempel. Da gibt es nämlich keine Mops, ja? Überhaupt keine. Vielleicht hat er irgendwas im Stein-Tempel gelassen. Problem, ich muss mich beeilen. Ich brauche ein Artefakt. Eins. So. Nämlich, das ist ein unsichtbares Labyrinth. Ja, und ich weiß nicht, nicht, wo es lang geht. Übrigens, es gibt auch in jedem Tempel einen Amboss. Falls man irgendwas verzaubern möchte oder umbenennen möchte. Yes, wir haben direkt den Weg. Ja, wir haben ein Luftartefakt. Wir haben ein Luftartefakt. Die anderen Sachen brauchen wir gar nicht. Wir haben ein Luftartefakt. Da geht es, glaube ich, nicht lang. Wir haben ein Luftartefakt. Das ist gut, das ist gut. Wir haben unser erstes Artefakt. Oh mein Gott. Wann mal. Wie? Wie viele Arte passt. Ich null. Ich habe natürlich eins. Das heißt, vielleicht... Er hat drei Artefakte. Echter Mensch, ja. Echter Mensch. So, wir müssen an diese Kiste, weil da sind immer Ausrüstungsgegenstände, die sehr gut sind. Komm hier hin. Ja. Ja. Komm, gib mir was Geiles. Gib mir was Geiles. Komm. Yes. Oh nein. Nur Elytra. Okay, aber Potions. Potions. Langsamer Fall. Jetzt können wir easy vom Berg runterspringen. Okay. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Boah, ich zitter halt richtig. Wir haben ein Luft-Artefakt. Das ist so wichtig. Weil jetzt kann er halt nicht gewinnen. Solange ich ein Artefakt habe, kann er noch nicht gewinnen, weil man braucht ja alle zehn. Und ich habe eins. Das heißt, er bekommt... Er kann gar nicht zehn bekommen, weil ich eins habe. Ich bin nie. Jetzt muss ich nur noch den Weg hier rausfinden. Äh. Ich bin nie. Warum habe ich überhaupt die Idee gehabt? Einen Luft-Tempel mit Buriars bauen. Jetzt aber wir haben es, oder? Haben wir es? Haben wir es? Yes. We are the champions. We are the champignons. Okay, aber jetzt mal überlegen. Wo fliegen wir jetzt als nächstes? War das schon im Feuertempel? Aber ich möchte nicht... Der Naturtempel. Der Naturtempel. Wie das aussehen muss, ne? Da liegen meine... Als ob er meine Sachen nicht mitgenommen hat. Was ist er denn für ein Mensch? Nur einer darf immer in einem gleichen Tempel sein. Das ist nämlich auch eine Regel, die habe ich noch nicht aufgeschrieben. Aber was ist er denn für ein Mensch? Der hat einfach nicht meine... Warum hat er nicht meine Sachen mitgenommen? Warum hat er die Elektrohose nicht mitgenommen? Okay, wir sind wieder back in the game. Um die... Wo ist denn das Skelett hier? Ach, da. Scheiße, aber wir dürfen hier nicht... Oh! Okay. Das Skelett ist uns egal. Ach, da. Hä? Junge, warum kann ich das nicht angreifen? Hä? Ich kann es nicht angreifen. Habt ihr gerade gesehen? Hä? Warum kann ich es nicht angreifen? Nein, das ist so lächerlich. Regenerieren. Regenerier dich. Aber hier ist ein Cockpit drin. Mann, warum regeneriert er sich nicht? Wann mal, sechs Minuten sind irgendwie so rum. Okay, ja. Ähm. Wann mal, ist er im Naturtempel? Nee, er ist nicht im Naturtempel gegangen. Er ist in einem anderen. Er muss halt nur diesen Skelett töten. Okay, komm. Yes, wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wo ist, wo ist die Tress? Nein, ich bin stuck! Ich bin stuck! Hä? Reifen die sich gegenseitig an? Yes! Yes! Naturartefakt! Und Mesen! Und Cobwebs! Okay, das Naturartefakt haben wir. Nein! Kacka, ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Okay, ich bin wieder da. Frage ist, wie komme ich jetzt hier raus? Achso, das ist ein Kopf. Ich dachte, das wäre... Yes! Ein Dornrüstung! Und das ist ein Maragde. Damit kann man vielleicht handeln. Okay, warte mal. Oh, oh, das ist gut, das ist gut. Ich hab... Ich hab... Seine Rüstung ist zwar besser. Aber es kann alles passieren. Vielleicht stirbt der ja sogar aus eben einem Grund. Oh, nicht reinfallen, ja? Yes! Wir haben... Nein! Ich bin... Ich bin da stuck drin. Äh... Oh mein Gott! Magietempel. Oh mein Gott, ich bin gar nicht in diesem Tempel, ja? Aber das... Aber der Clou ist... Ist halt mega... Dieser ist halt mega krass. Und den wird er niemals schaffen. Auch mit Diarrüstung. Bisse... Oh. Ich bin drauf. Ich bin auf dem Weg, weil da gibt es Niterite. Bitte nicht töten. Ah kacke, wir haben jetzt zwei Tempel gemacht. Okay. Aber ich hab ja gesagt, man darf in diesem Projekt zwei Tempel, ja, zweimal zwei Tempel in einer Folge machen und sonst nicht. Und das heißt, wir werden uns jetzt wieder Ausrüstung zusammensuchen. Wink. Zähne. Hab ich das schon Art? Ich hab' jemanden erfahren. Der hat 100% nicht das Magie-Artefakt. Ne, 100% nicht. Das ist so ein schrecklich schwerer Tempel. Das kann er nicht. Das bringt er nicht. Magie? Ich... Ne, der hat das Artefakt nicht. Der möchte mich nur auf die falsche Fährte locken, damit ich nicht dahin gehe, was eigentlich gut ist, weil der Tempel ist so schwer. Magie? Okay, wir sind jetzt im Dings-Tempel. Hier war er ja noch schon. Oh, er hat ein Tier da gelassen. Okay, das ist wichtig. Das ist wichtig. Er hat voll viele Dias da gelassen. Was ist er denn für ein Mensch? Aber ich... Nein, ich habe ja kein... Oh, nein. Ich habe keine Spitzhacke. Ist hier Eisen? Ja, hier ist Eisen. Oh! Nicht hier reinfallen. Oh, Mann. Ich habe überhaupt keine Spitzhacke. Doch, Mann. Okay, das heißt, wir werden hier nochmal zurückkommen. Digga, lass mich jetzt hier hin. Wir bräuchten einfach mal... Wo gab es... Äh, wo gab es ein Tressplate? Warte mal, das ist ein Tressplate. Ich glaube, wirklich im Wassertempel gab es ein Tressplate. Ich werde jetzt auch da hingehen, nachdem die Folge zu Ende ist, denn die Folge ist gleich zu Ende. Aber erst ein bisschen Holz hacken, weil wir werden in der nächsten Folge sofort die Dias abbauen. Okay, dann würde ich sagen, das war es mit der Folge. Lass den Like da, wenn ihr das Projekt feilt und an mich glaubt. Ja? Bye, bye und schau... Leute!